Moin Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf meinem Kanal. Heute schauen wir uns die Zoltan KI und die BA KI an, wie sie in der zweiten Runde BA vs. Zoltan auf der KI-Turnierkarte des KI-Turniers, des Mod-KI-Turniers spielen. Und ja, für alle, die es nicht gefasst haben, ich bin nicht Benni, auch wenn ich versucht habe, das Intro so hinzukriegen wie er, leider heute nicht Bennis Video, aber wieder bei mir auf dem Kanal. Ihr freut euch sicherlich schon, meine ätzende Stimme zu hören. Nein, Quatsch, natürlich ist meine Stimme wunderschön und das werde ich auch noch mal so betonen. Wie dem auch sei, genau, wir haben den Bär und den Zoltan. Wir sind natürlich alle gespannt darauf, die beiden Kämpfen zu sehen. Beide Power, Hungry Man und Walde Krozek hat. Der Bär wurde von Prinz Pilav eingereicht und Zoltan von Alex Schober. Gut, dass es Google Docs gibt und alles in der Cloud ist. Und ja, Zoltan ist ein Axtkämpfer und der draufgängerische Anführer einer gefürchteten Zwergenbande. Er trinkt gerne Bier oder Mäht und wenn man ihn dabei stört, sollte man am besten das Weite suchen. Und beim Bär haben wir zu sehen, der Bär ist ein ehrenvoller, aber unbarmherziger Gegner. Er schickt nur die besten Truppen in den Kampf, was wir auch schon vorher gesehen haben in den vielen Schwertkämpfern gegen die Oknirakai. Wenn auch sein erster Angriff auf sich warten lässt. Ja, ja. Seine Festungen... Was? Ja, doch. Seine Festungen sind jedoch die mächtigsten der ganzen Wüste. Ihr solltet Verbündete um euch scharen, bevor ihr einen Angriff wagt. Naja, wir wagen keinen Angriff. Das lassen wir den Zoltan übernehmen. Und diese beiden dicken Burschen, die müssen heute gegeneinander antreten. Und ja, damit bei 4000 Start-Gold direkt ins Spiel. 3, 2, 1, go! Und ja, gehen wir mal ein bisschen runter von der Geschwindigkeit. Schauen wir uns den Bär-Lort-Tazze an. Wie er hier langsam, langsam seine Burg aufbaut. Zwei Eisenmiene hinten, eine Käsefarm, Hopfen, Weizen, alles aufgebaut sofort. Auch mit den Holzfällern. Vier Holzfällern nur, das ist nicht so viel. Da könnte sicherlich mehr gehen, aber er hat auch, glaube ich, ein relativ langsames Bautempo. Denn wir sehen ja, wie die Gebäude hier angekleckert kommen. Schöne Karstenburg, wie wir gleich sehen werden. Links ein Torhaus, rechts ein Torhaus. Und ja, Prinz Pilaf hat die Sprüche, glaube ich, alle selber eingesprochen für den Bär. Der ersetzt hier bei uns im Modpack den Friedrich. Und hat deswegen wegen den Kasten-Sprüchen auch die Friedrich-Position bekommen. Trotz der ganzen anderen Friedrichs, die eingereicht wurden. Und ja, da sehen wir auch hier die Kathedrale, was natürlich vermuten lassen würde, dass er Mönche einsetzt. Aber ich glaube actually, dass er gar keine Mönche einsetzt. Eine kleine vergebene Chance. Er benutzt halt nur die stärksten Krieger im in den sieben Weltmeeren oder wie auch immer man das nennt. Und ja, wir sehen hier auch eine grüne Burg vom Design her. Hier vorne werden direkt drei Feuerballisten aufgebaut. Ich glaube, er hat noch jeweils eine Seite, eine. Und hier kommen dann noch Pechkippe auf die Welle. Wenn wir mal sehen, ob das gleich zustande kommt. Die dann halt, wenn die grägerischen Truppen hier rein strömen, da sofort ihr Pech ausbreiten. Und da werden auch schon ein paar Holzfällerhütten mit Steinen übersät, abgerissen. Das Holz auf der Karte wird umkämpft. Auf der anderen Seite das Holz nicht wirklich, denn ja, wie es scheint, hat der Bär jetzt doch ein paar mehr Holzfäller aufgebaut, aber alle auf seiner eigenen Seite. Wir sehen eins, zwei, drei vier Steinbrüche vom Bär. Das ist eine gute Zahl. Zwei, vier, fünf, sechs Eisenminen. Auch recht ordentlich. Und der hat seine Häuser hinter der Burg. Jetzt mittlerweile die ganzen Türme mit dem Stein auch aufgebaut. Und ich glaube, er fängt an, seine Armee zu rekrutieren. Auf der anderen Seite Zoltan hat gerade Geld gesammelt. Mal schauen, was der macht. Der hat auch eine schicke Burg mit diesen Ausrundungen hier. Sieht so ein bisschen französisch aus, würde ich denken. Nein, nicht ganz unbedingt. Es gibt viele Burgen, die so aussehen, die so gebaut wurden. Im Mittelalter hat man oft die Türme verstärkt. Gerade im späten Mittelalter, wenn es dann Kanonen und ähnliches zu sehen waren. Da gab es noch diese Form quasi, wo aus keinem Winkel die Kanone in die Burg direkt reinschießen konnte, ohne dabei selbst abgeschossen werden zu können. Ja, wie dem auch sei, wir sehen hier auch ein paar Ritter am Start laufen schon fix über die Karte. Ich glaube, das hier sind Raid Ritter. Und ein Raid Ritter hat versucht, die Käsefarm zu snacken, aber nein, da kam noch ein Assassine hinterher. Oh, das geht alles ein bisschen schnell. Schauen wir mal. Ich glaube, Zoltan hat sogar noch ein bisschen länger gebraucht, um sich aufzubauen. Hat auch ein paar weniger Truppen als der Bär. und entsprechend auch ein bisschen größere Wirtschaft. Wir sehen hier, oh, viele, viele Bäckereien. Drei Mühlen. Sehen wir, ob wir hier auch über 24 Bäckereien haben. Acht plus zehn, das sind 18. Okay, da hat er mehr Mühlen als er notwendig hat, aber trotzdem Getreideüberschuss. Wahrscheinlich auch entsprechend viele Getreidefarmen. Ja, das geht noch. Ansonsten kauft die KI Getreide und verkauft Mehl. Gerade auf Karten mit wenig Farmplatz. Aber hier im Turnier sollte das keine Probleme bereiten. Angstfaktor lässt bei beiden zu wünschen übrig. Ist da nicht ausgenutzt. Vielleicht ist das auch einfach absichtlich so. Senkt natürlich die Kosten der Burg, ist aber auch ein bisschen verschenktes Potenzial oftmals. Gerade Bäcker profitieren beiderlei von Angstfaktor besonders stark, da sie im positiven Angstfaktor nicht, also quasi keine Arbeitszyklen verlieren und im negativen Angstfaktor besonders viele Arbeitszyklen trotzdem durchführen, also im negativen Angstfaktor ihre Produktion stärker angehoben wird als die von anderen. Und da kommt auch schon der erste Angriff von Zoltan hier. Zoltan gegen den Bär, der auch einen Angriff schon gewagt hat, aber der war recht klein. Soll ich natürlich die Balanceänderung in der zweiten Runde könnt ihr auch gerne nochmal das Balance-Video angucken, das ist in der Videobeschreibung verlinkt, beziehungsweise in der Playlist, die auch verlinkt ist in der Videobeschreibung. Da werden die Angriffe schneller größer werden, da wir den Attack-Increase-Parameter von 0,5 auf 1 erhöht haben, das heißt 100% mehr Attack Force Base pro Angriff statt 50% und das führt auch zu wenigen Unentschieden spielen. Und auch die Verteidigung, wie wir hier sehen, wurde reduziert bei vielen KIs, einfach die, die viel Armbrustschützen eingesetzt haben, mussten besonders darunter leiden und ich glaube der Bär hier scheint einer von denen zu sein, die nur Armbrustschützen einsetzen auf der Verteidigung. Bin jetzt aber nicht sicher, ob der Groß gelitten hat. Wenn er gelitten haben sollte, dann tut es mir ein bisschen leid, aber nicht wirklich, denn er hat ja auch noch sehr viele andere Verteidigungsmöglichkeiten, wie Pech zum Beispiel. Und wie wir sehen hier in der Burg, einen Fehler unterlaufen mit dem Bär, dass er ein Belagerungsgerät weniger hat. Leider. Und das liegt daran, dass, glaube ich, hier eine Nummer ausgelassen wurde. Da müsste, glaube ich, eigentlich noch eine Balliste stehen. Aber soweit ich weiß, fehlt die Balliste 3 hier in der Burg und da steht die Balliste 4 drauf, die wird dann einfach nicht gebaut. Aber da gucken wir mal, was die Ritter so machen. Die reiten hier noch fröhlich auf der Karte umher. 5.000 Gold schon beim Bär. Der sammelt hier Gold, weil er keine Angriffstruppen rekrutiert momentan. Oder doch? Nein, er kommt dann mit dem Angriff, sammelt sich aber leider auf den Burgwenn. Ich weiß nicht, ob das zu einem Verhalten führt, was eventuell etwas verpackt ist. Da kommt er natürlich mit den Baumessen überhaupt nicht bis zu den Geräten. Auf der anderen Seite hingegen Angriff außerhalb der Burg von Zoltan. Deutlich besser aufgestellt dort. Auch mit Pekinieren am Start. Pekiniere gegen Armbruchsschützen deutlich effizienter und auch gegen die Mördergruppen, die hier vorhanden sind. Da die doppelt so viel Leben haben wie Schwertkämpfer. 50.000 leben bei Pekinieren, 25.000 leben bei Schwertkämpfern. So ein Bohnenschützer hat 10.000 leben ungefähr. arabische 12.000 europäische 10.000. Deswegen werden europäische auch gewonnen schaltet von Armbruchsschützen und arabische nur bei positiven Angstfaktoren. Ja, lassen wir uns mal schauen, was hier noch so passiert. Ritter reiten auf jeden Fall durch die Gegend, aber es sind wirklich nur Tropfen auf den heißen Stein. Da passiert halt nicht viel. Die töten hier und da mal einen Störangriff. Das war es aber auch. Hier sehen wir auch die Verbrennung von Gold in Form von Sorti-Armbruchsschützen. Leider nicht sehr effizient. Der Wald kann sich ausbreiten. Immerhin etwas. Aber ja, ich würde mal bis zum nächsten Angriff noch warten und dann setzen wir mal wahrscheinlich einen Zeitraffer und schauen, wie das sich so entwickelt, das Match. Ja, viele, viele Farben hier. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Zehn Getreide, elf Getreidefarben und wir sehen hier, ja Leute, also wenn ihr mehr über den Hopfenfarben wissen wollt, dann guckt er Alexander auf dem Kanal vorbei, der hat das sehr, sehr schön erklärt, wie das funktioniert, der Bug, dass quasi mehr Hopfenfarben gebaut werden, als insgesamt Farben da sind und hier kein einziges Belang wird aufgestellt. Die Burg einfach zu groß nach vorne rechts, nimmt zu viel Platz ein, die Truppen sammeln sich da auf den Wellen. Aber vermutlich auch wegen der Präsenz der gegnerischen Armee außer Alteburg. Und die Anzahl der Schwertkämpfe von dem Bär hier setzt dem Zoltan gar nicht so sehr zu, wie man es annehmen würde. Obwohl der natürlich Burschüsse in der Verteidigung hat, die nicht so effizient sind wegen Schwertkämpfern, halten ja trotzdem einfach weniger aus und die Pekunierer sind bis zu den Burgwein rangekommen, haben sogar Wassergramm umgebuddelt, während diese Schwertkämpfe wie verpufft sind im Eingriff. Aber ja, es bleibt abzuwarten, vielleicht kommt da wirklich die kritische Masse an Schwertkämpfern zusammen, um Zoltan zuzusetzen und ich würde sagen, da setzen wir einfach mal einen Zeitdarm mal. Bis gleich. Und da sind wir auch schon wieder, der nächste Angriff vom Zoltan. Er hat auch Religionsbonus, zwar nicht so viel wie der gute Bär hier und Bios Schank ist bei beiden vorhanden, aber immerhin kann der seine Belagerungsgräte aufstellen und da kommen die Ritter angeritten. Greifen hier die Farmen an, wahrscheinlich als Engage-Anhalten gegen die Außenpatrouillen eingesetzt hauptsächlich. Leider können sie da nicht wirklich dominieren, aber sie schafft sicher den Freiraum, das Holz von dem Bär einzuschränken und da kommt der Bär mit seiner Eingriffsarmee genau im rechten Zeitpunkt vormarschiert auf die Türme, um die Feuerballisten auszuschalten. Die Arbruchsschützen sind da perfekt platziert und das Pech auch, das kommt da runter. Okay, nee, da hat ja irgendjemand was daneben gegossen. Aber es ist natürlich cool, wie schnell die hier sich wieder aufladen, die Pechkessel. Wäre noch schneller, wenn da eine Treppe wäre. Ist leider keine Treppe da, aber ja. Wir können auch hier mal gucken bei den Bäckern. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Bäcker zu sehen mit zwei Mühlen. Das ist auch nicht wirklich effizient gelöst, aber da sich hier das Getreide lagert, will ich da mal nicht meckern. Das könnte auch noch mehr Bäcker sein, aber ja, außerhalb der Burg sehe ich keine. Die Wirtschaft von dem Bär ist halt doch deutlich kleiner, trotzdem sehr effizient gebaut, aber die Bierschenken, ja. Vier Bierschenken würden für 120 Bevölkerung ausreichen. Auf der anderen Seite haben wir 5 Bierschenken, also lässt das auf eine größere Wirtschaft hindeuten. Okay, wir haben auch einige Pekiniere zum Buddeln, aber die sind halt schon tot, bevor er wirklich ankommt. Und der Wassergraben hier ist aber auch sowieso nicht essentiell beim Zoltan. Der ist nur hier so außen, so ein kleines bisschen an der Burg, der macht im Prinzip eigentlich überhaupt keine Verteidigungswirkung. Gerade weil hier vorne der Wahl eh immer zuerst durchbricht. Das ist wahrscheinlich eher so ein bisschen Schmuckstück für die Burg. Ja, die Schwertkämpfer kommen mittlerweile sogar bis zum Wall und der ist gar nicht so dick, ne. Da sieht man beim Zoltan der Wall ist viel dünner als der hier beim Bär. Und beim Bär haben wir auch noch zusätzlich die Verteidigung, die entsteht, da die Gebäude hier geschlossen sind. Dadurch, dass da die Gebäude geschlossen sind, vorne, heißt das, die Truppen greifen an und wenn die den Wall hier zerstören, dann greifen die trotzdem nicht, also die laufen nicht durch, sondern die würden weiter den Wallen daneben und rechts und links und die Türme und so angreifen, bis irgendwann meine Lücke zu einem Begeber an Feld entsteht, weil die die Gebäude nicht aktiv angreifen, außer vielleicht ein Katapult schießt da zufällig drauf, aber ja, das passiert ja nicht wirklich. Das ist gefährlich, denn ja, das erhöht natürlich die Verteidigungswirkung dieses Frontwalls enorm und das ist hier bei Zoltan leider nicht der Fall, der hat hier überall Lücken, der kann sich dann nicht so sehr auf diese Mechanik gegen KIs stützen, natürlich gegen menschliche Spieler nicht effizient, aber gegen KIs, was jetzt hier, das ist ein KI-Turnier, da ist es doch nochmal deutlich effizienter. Wir sehen hier 1, 2, 3, 4, 5 Haufen Farm, da wurden schon ein paar reduziert, Haufen Farm-Bug lässt grüßen, auf der anderen Seite haben wir 1, 2 Haufen Farm, das ist ein bisschen besser geregelt, wahrscheinlich mehr Farm insgesamt eingestellt, mit weniger Haufen Farm und der hat trotzdem immer genug Kopf im Vortrag, also Leute, merkt euch, ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe, da reicht quasi so eine für 2 bis 3 Brauereien, wenn nicht sogar mehr, wenn die Namen Vortrag ist, ich hoffe, ansonsten, ich würde sagen, warte einfach mal ab, hier steht, scheint es als hätte das mal eine Zugbrücke hier gehabt, hat sich der Ersteller gedacht, die muss er leider rausnehmen für das KI-Turnier, sehr löblich, denn Zugbrücken backen halt sehr stark rum, aber ja, schauen wir einfach mal, der nächste Angriff ist wahrscheinlich gar nicht weit entfernt, wir haben bereits 580 Truppen bei Zoltan und die Ritter Raids kommen immer noch durchgelaufen, wenn er dem Bär das Holz hier oben wegnehmen würde, dauerhaft, also beziehungsweise den Nein würde, dann würde es mich was bringen, aber so machen die Raids halt gar nichts aus und nein, es greift nicht zuerst Zoltan an, es greift zuerst der Bär anscheinend, als hätte der Bär sich hier lange versteckt in der Burg und kommt jetzt aber mit seinen Eingriffstruppen doch mal rausgelaufen und kann sogar gegen die Verteidigung einiges auswählen, sind gar nicht so viele Armbruchsschützen drauf, viel, viel mehr arabische Bohrsschützen werden hier eingesetzt in der Verteidigung und das gibt halt den Schwertkämpfern die Kraft oh nein, oh nein, das könnte jetzt, das könnte spannend werden, wenn jetzt die Truppen vom Zoltan rauskommen und genau in dem Moment, hier ein Loch in der Mauer entsteht, könnten die Schwertkämpfer durchlaufen, bleibt abzuwarten, ob das wirklich der Fall ist, aber einer arbeitet sich hier schon gewaltig durch, hier auf der Seite ist es safe, weil dann ein Haus steht, manche Schwertkämpfer machen auch nichts und werden von Mangen, okay, das scheint noch nicht auszureichen, aber das hätte spannend werden können, hier seht ihr, was ich meine, dass die nicht durchlaufen und einfach die Nachbarwelle angreifen und stattdessen kommen jetzt die, ja, kommen quasi die blauen Truppen an und setzen dem Lord Bär zu, der hier seine gerade Angestruppen rausgeballert hat und die jetzt nicht mehr in der Verteidigung einsetzen kann, wie er es eben getan hat, schauen wir mal, wie weit sie kommen, wir werden überfallen, spicy, spicy, das Torhaus wird halt direkt eingerahmt und da sind sie drin, aber der Bär hat da auch Verteidigungsschwertkämpfer am Start, können diese doch, ja, die können das abwehren, oder? Der Knobel hat sich gebildet, der Rasierer rasiert und wir warten bis zum nächsten Angriff und damit sag ich, wir sehen uns gleich, bis bald Leute. Und da sind wir wieder, der nächste Angriff steht vor der Tür des Zolltahns, sehr viele Schwertkämpfer haben sich hier auf den Wellen gesammelt vom Bär, während wir den Sorti-Angriffsschützen beim Sterben gegen die Balliste zugesehen durften. Und das könnte jetzt schon eine kritische Masse sein, also das sind halt richtig viele Schwertkämpfer, falls der Angriff vom Zolltahn wie eben rauskommt, aber ich glaube, es ist genau umgekehrter Fall, der Angriff vom Zolltahn, der wartet das ab und der kommt nicht raus. Wenn wir mal kurz die Truppe angucken, für die Anzahl an Truppen bei Zolltahn ist noch nicht die kritische Masse für den nächsten Angriff und damit kann er das glaube ich ziemlich souverän abwehren. Auf der anderen Seite, wir sehen natürlich, der Bär hier kommt ja schon durch, das hat letztes Mal nicht geschafft und jetzt, ja, jetzt bildet sich halt der Knoppel aus den Angriffstruppen vom Zolltahn, die hier ordentlich rasieren und da kann leider, ja, kann der Bär leider nichts ausrichten. Und ja, lassen wir uns mal kurz noch schauen, ob der Recruitment Speed hier wirklich, also der hat ja wirklich viel Gold gespart, ob der Recruitment Speed vom, von den Arbeitern abhängt, ich glaube aber nicht, denn hier sind echt viele Arbeiter an dem Lagerfeuer und das liegt nicht an den Häusern. Wahrscheinlich ist der Recruitment Speed wirklich ein bisschen reduziert worden durch die Beliebtheit zum Beispiel, da sagen wir gerade eine 66 Beliebtheit, 65 Beliebtheit, ja, also da hat jemand die Beliebtheitsparameter wirklich, wirklich niedrig eingestellt und da kann man auf jeden Fall noch deutlich mehr machen, um der KI schnelleren Recruitment Speed zu geben, die hatte gerade 50 Beliebtheit, wer als menschlicher Spieler würde das jemals mit sich machen lassen, da wird man früher gegensteuern, ganz klar, aber die KI ist halt nicht ganz so helle und ja, die gibt da ordentlich Steuererhöhung rein und lässt die Arbeiter nicht zu Wort kommen. Wir sehen auch ordentlich Außenverteidigung von Lord Bear und wir sehen auch, der hat Schwertkämpfer in der Verteidigung, selbst wenn er im Angriff failen sollte, hat er immer noch Schwertkämpfer am Kiep stehen, die für seine Sicherheit sorgen. Auf der anderen Seite keine solchen Verteidiger, Schwertkämpfer werden alle rausgeschickt zum Angriff, das heißt, sollte Zoltan jemals im Angriff sein, wie jetzt gerade und der Bär holt zum Gegenstag aus, dann ist Zoltan geliefert, dann hat Zoltan keine Chance und schauen wir mal, was der Angriff von Zoltan ausrichten kann, denn das sind jetzt auch schon enorm viele Schwertkämpfer und der hat ja auch Belagerungsquete aufgestellt, die schießen, Betriebock ist bestimmt in der Lage hier diesen Turm Platz zu machen, das Feuer wird ausgegossen, die Schwertkämpfer verteilen sich aber immer dieses Tor aus, hier das Tor aus ist glaube ich die Schwachstelle in der Burg von Bär, ah da findet sich aber der Kribbel keine Chance für den Zoltan, der Bär ist da gewappnet und damit sag ich, wir sehen uns gleich nach dem nächsten, ja Zeitraffer, bis gleich. Und da, der nächste Angriff vom Bär, ich will jetzt nicht ganz so sehr reduzieren die Geschwindigkeit, ich schätze, wir uns das mal aus einer anderen Perspektive an, ich schätze, der hat diesmal keine Chance, weil da viele Angriffstruppen auf dem Kieb sind, aber er sollte bestimmt wieder durch die Welle kommen und da laufen auch einige Schwertkämpfe bis rund, oh, okay, Chaos ist gefallen, aber ja, das war, das war nix, und damit sehen wir uns gleich wieder nach dem nächsten Zeitraffer. Und ja, der Gegenangriff, der Gegenangriff von Zoltan auf den Mauern, diesmal das erste Mal auf den Mauern gesammelt, respektiert die Macht von dort Bär-Tatze, Naja, 800 Truppen, wenn die Brunenschütze nicht angreifen, die Baumeister nicht rauskommen, ihre Geräte zu bauen, das wird leider schwierig, diesmal haben sie sicher zurückgezogen, weil sie leider hier ein bisschen rumgebackt haben. Schade eigentlich, Brunenschützen laufen auch direkt in, Mini-Reichweite, keine wirklichen Performance Gesuche, das liegt wahrscheinlich daran, dass die Haupteinheit der Brunenschütze hier irgendwo auf dem Tor steht. Sieht natürlich eindrucksvoll aus in der Verteidigung, soll aber eigentlich der Angriff sein. Ich glaube nicht, dass das hier zu viel führt, weil einfach zu viele Angriffstruppen von dort Bär-Tatze hier verteidigen. Da wieder das Pech in den Wassergraben geschüttet. Am besten stellt man die Pechgipper direkt in die Mitte des Torhuses, die haben halt drei Reichweite und da hat man dann weniger Probleme, denn die kippen dann genau auf das Feld vor dem Torhaus, da können sie gar nicht anders. Da hätte ich hier auch noch ein Feld zurück und dann werden die glaube ich optimal. Aber gut, lernt man fürs nächste Mal und damit würde ich sagen, wir warten auf den nächsten Angriff von dort Bär-Tatze und wir sehen uns gleich. Und wow, da sind wir schon wieder beim nächsten Angriff von Bär und diesmal das erste Mal, dass er sich außerhalb der Burg sammelt, weil ich das vielleicht schon vorher einmal habe ich dann übersehen, aber ja, das ist doch meine Neuheit. Scheint so, als hätten sich die Kräfte umgedreht. Der wird dem Tribok, der hier die ganze Zeit Farben eingerissen hat. Ordentlich zugesetzt zum Schlag ausgeholt und mal sehen, ob er diesmal eine Chance hat. 605 Truppen Allerdings beim Zolltarn das ist schon wieder eine sehr große attraktive Männer, die hier mit Rüstung verkleidet auf dem Berg rumhampeln. Leider sieht es nicht so aus, als hätte Zolltarn eine große Chance. Ich könnte mit dem Abliegen von Milver irgendwo was machen. Wir so ein paar Schwertkörper hier außen nachschicken, damit die anderen hier vorne durchkommen. Weil wir sehen, es ist einfach zu viele Schwertkämpfe bei Zolltarn vorhanden und damit schicke ich euch auch schon wieder in die nächsten Zeitraffer. Bis gleich! Bis gleich! Bis gleich! Ladies and Gentlemen, hier sind wir wieder mit einem weiteren Angriff vom Bär. Solche Matches wie dieses hier haben vor den Balance Änderungen hundertprozentig keine Möglichkeit gehabt, auch nur annähernd zu einem Ende zu führen. Jetzt sehen wir so etwas wie eine interessante Situation, wo es hauptsächlich auf das Timing ankommt, wann die Kontrahenten sich angreifen. Und momentan kommt es zu einem Timing, wo es heute nicht so viele Angriffstruppen mehr auf dem Bergfried zur Verfügung stehen hat. 500 Schwertkämpfer, nicht ganz, das ist vielleicht hier 200. Könnten aber vielleicht ausreichen, vielleicht auch nicht. Das ist schon eine sehr kritische Masse hier, die der Bär aufbiegen kann. Ist die Frage, ob es ausreicht, um die Oberhand zu gewinnen. Hier ist es halt auch die Frage, wer kann den besseren Knurbel bilden? Oh ja, oh ja. Es sieht so aus, als hätten die Bärlands Änderungen ihre Wirkung gezeigt und der Bär mit seinen überlegenen Truppen mit Schwertkämpfer sind halt doch nochmal stärker als Pekunierer. Gerade gegen arabische Bohrschützen der Verteidigung hat er hier die Oberhand gewonnen und kann da den Sieg für sich entscheiden. Schaut euch das an. Wunderschön, wie er da auf dem Bergfried stürmt, die ganzen Bohrschützen niedermetzelt wie ein Schlachtfest und es geht dem Lord an den Kragen. Der Zoltan, Oberhaupt der Zwerge muss sich wohl geschlagen geben. Das ist schon ganz schön krass, diese Massen an Truppen, die jetzt zustande kommen. Und wir haben es bereits im April 1279 Zoltan wie dem auch sei, wir haben das Hinspiel geschafft und ja, damit geht es auf ins Rückspiel und dafür tauschen wir die Seiten. Congratuliere auf jeden Fall dem Bär 1 zu 0 bisher. Mal sehen, ob er das auch nochmal zeigen kann oder ob diesmal das Timing für Zoltan entscheidend besser steht, denn ja, Seitenveränderungen können immer einen großen Unterschied machen und hätte es ein anderes Timing gegeben, hätte Zoltan vielleicht eine Chance gehabt. Aber ja, wir gehen einfach mal ins Spiel rein. 3, 2, 1, go. Und dann widmen wir uns jedes Mal doch einfach dem Zoltan, der hier auch direkt mit einer Getreidefarm am Start ist. Sofort, wow, ganz schön viele Startruppen, oder? 3, 6, 10, plus 5, 15, okay, das sind also ursprünglich mal 12 Arabische Spurenschützen gewesen und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Amro-Schützen, das sind also mal 6 Amro-Schützen gewesen. Durch den kleinen Gold-Vorteil werden die erhöht. Ich kann mir gleich ein bisschen Tempo machen, wir haben das erste Game ja schon recht lange zugeschaut, wieder Steinbrüche sofort aufgebaut, also Produktion ist am Start, Farben werden ein bisschen langsamer gebaut, ist aber nicht weiter schlimm, da ist genug Getreide vorhanden im Vorratslager. Siehe jetzt auch hier, wie diese Türme quasi ausgehoben werden. Noch nicht genug Stein vorhanden, um sie zu setzen, daher sind die Bohnenschützen und Armbrüschützen eingemauert, aber ja, der Stein folgt bald, damit kein Problem. Andernfalls werden diese Verteidiger hier recht sinnlos, gerade wenn die KI früh unter Druck gerät und sie die ganzen Terminal nicht bauen kann, dann hat sie ein Problem. Hoffentlich passiert das nicht, werden wir vielleicht nochmal sehen, gegen so einen Klaus Kinski oder gegen so einen zu Edwin. Ja, genau und viele Holzfäller auf jeden Fall, hier das Holz oben ist schon wieder alle. Zwölf Holzfäller waren das. Schon auch noch einige woanders gesetzt, gleich hier unten. Auf der anderen Seite der Bärlautatze auch seine Burg aufgebaut. sich in die Treppe, die habe ich letztes Mal übersehen. Anscheinend kann er so doch seine Pechkessel-Typen verteilen. Ist auch sehr löblich, gerade gegen irgendwelche Leiterträger, Nutzer, ist die Treppe natürlich schön. Es wäre noch besser, wenn sie vorne wäre, dann könnten gerade diese Pechkessel- oder noch eine weitere Treppe vorne wäre, dann könnten diese Pechkessel-Träger vorne auch direkt hoch und müssen nicht diesen langen Umweg nehmen über die Torhäuser, die eventuell sogar eingerissen werden. Mir gefallen besonders gut diese Pechkessel hier außen. Die sind immer sehr effizient. Der hier bei Zugbrücke, wie gesagt. Ja, egal, wir wollen uns nicht immer zu wiederholen. Sechs Stelle insgesamt bei Zoltan. Okay. Erster Angriff kommt von Nordbeard tatsächlich raus und da wird auch schon ordentlich zugesetzt mit Katapulten wie Borg Mauern und Unterdrück gesetzt. Zwei Stück sind es, aber die Balliste regelt. Ist der Tau irgendwie angekratzt? Nö. Fast nicht. Ist auch interessant, wie hier außen die Türme, die öfter malträtiert werden, die dicken Türme sind, die haben 2000 Leben und die quadratischen Türme haben 1600 Leben. Kostet ja nur fünf Steine weniger. Vom Steinkosten technischen her sind die Dicken natürlich dann besser. Aber rein, was die Logik betrifft, wenn du gegen einen Spieler spielst, ist es so, wenn der den Dicken, also wenn der diesen Dicken Turm down kriegt, kriegt er auch diesen Dicken Turm down. Und er macht das eigentlich keinen großen Unterschied. Und da ist eher wichtig, die Funktionalität des Turms, wie viele Schützen draufpassen, ist bei beiden gleich. Und deswegen würde ich persönlich immer den billigeren bevorzugen. Als Spieler hingegen ist wieder sinnvoll hier den Turm in Dicken zu bauen, wenn du viel von Katapulten angegriffen wirst, weil du dann länger Puffer hast zum reparieren, gerade wenn deine gegnerischen Einheiten vor dem Turm stehen, dann musst du immer warten, bis du reparieren kannst, weil der Einheiten zu nah sind. Aber ja, nur so viel dazu. Ich würde sagen, wir warten noch die nächsten zwei Angriffe ab, die gehen am Anfang ja relativ schnell und dann gehen wir in kleinen Zeitreffer rein, wir haben das ja alles schon mal gesehen, so gesehen. Aber ja, es ist spannend, wie sich die Timings entwickeln über Zeit, ob diesmal vielleicht Zoltan einen Vorteil entwickelt. Katapulte auf jeden Fall ordentlich anfeuern. Okay, ja, dann sehen wir uns gleich. Juste anfeuern. Hello, children. I bring you love. Sir, please love. Hello, children. I bring you love. I bring you love. I bring you love. I bring Okay, da wären wir wieder. Mittlerweile werden die Angriffe schon etwas gefährlicher. Wir haben eben gesehen, wie der Lord Tatze durch Zoltans Borgmauern gebrochen ist. Und er ist schon wieder seine Farmen hier platziert, die ständig von Trieböcken abgeschossen werden. Und ja, die ihre Sortion jetzt quasi anlocken, ihre eigenen, in den Todlocken. Die stehen dann hier rum und werden von der Balliste abgeschossen permanent. Ja, es bleibt abzuwarten, ob die Verteidigung von Lord Beertatze immer noch den Truppenmengen von Zoltan gewachsen ist. Gerade auch, weil, naja, er gerade angegriffen hatte. Aber ich glaube, das macht nichts. Ja, wie viel Schwertkämpfer, der hier noch hat. Also die Verteidigung von Beertatze ist halt nochmal richtig, also einfach nochmal einen deutlichen Ticken dicker als die vom Zoltan. Und das spürt man auch. Also die ist einfach deutlich besser durchgeplant. Da sind mehr Techniken verwendet. Da sind Mördergruben vorne drin. Ja, aber, ja gut, dann sehen wir uns beim nächsten Angriff von, vom Bär wieder. Oder vielleicht auch beim übernächsten. Bis gleich. Und da sind wir beim nächsten Angriff, vom Zoltan. Wie ihr sehen könnt, 700 Truppen. Der Bär hat gerade erst angegriffen. Und hat 60.000 Gold, weil er eben mit dem Angriff sehr lange gebraucht hat. Und er nicht so schnell rausgetimt ist. Aber ja, Zoltan hat sich leider auf den Borgwellen gesammelt. Was wieder seine Borgschützen nicht angreifen lässt. Großer Fehler. Da muss Zoltan noch ein bisschen besser überlegen, wie er das macht mit dem Sammelfunkt. Am Anfang hat es gut funktioniert, wo er sich volle Borg gesammelt hat. Jetzt später immer auf den Borgwellen. Keine gute Taktik auf jeden Fall. Vielleicht kann er ja durch seinen Angriff brillieren. Die Kiniere kommen schon mal so weit, dass sie ein bisschen was trinken können. Aber ja, leider ist das hier vorne alles vergeben Liebesmühe. Die eigentliche Schar an Schwertkämpfern kommt normalerweise hier hinten durch. Und ja, wir sehen, das reicht hinten und vorne noch nicht. Weil hier einfach diese Verteidigung aus Gebäuden steht. Da kommt er niemals durch die dicken Fellmauern des Bärs durch. Und ja, wir sehen uns wieder beim nächsten interessanten Angriff. Bis gleich. Da sind wir schon wieder. Der nächste Angriff vom Bär. Und zeitgleich der Angriff vom Zoltan, der ihm jetzt eventuell sogar zum Verhängnis werden könnte. Falls er nicht aufpasst, sind seine Truppen gerade aus der Burg raus, wenn der Bär in seine Welle eindringt. Seine Zwergenfestung zermürbt. Ich will schon mal die Anzahl der Scheidkämpfer ist enorm gestiegen. Und Soltan macht sich auf den Weg nach draußen. Kann er es schaffen, die Welle zu brechen? Vorne nicht. An der Seite auch nicht. Nein. Das war gar nichts. Die Truppen auf der anderen Seite sind jetzt. Aber es sind auch gefährlich für den Bär, da dieser ja gerade auch seinen ganzen Angreifer rausgeschickt hat. Vielleicht hat Zoltan jetzt eine höhere Chance, hier draußen mit dem Tor aus vielleicht durchzukommen. Schauen wir mal. Da sind noch ordentliche Truppenmengen vorhanden. Die Greifen hat leider alle vorne. Aber ein Turm ist bereits gefallen. Der nächste ist angeschlagen. Leider greifen die Schwertkämpfer den Turm gar nicht an. Aber dieser hier. Maybe. Da ist ein Loch offen. Und die Anzahl der Schwertkämpfer ist noch signifikant. Ein Knubbel hat sich gebildet. Oh, das könnte das Ende vom Bär sein. Habt ihr sowas schon mal gesehen? Und das war es. 1 zu 1. Das erste 1 zu 1 des Turniers. Was ist das für ein Spiel, Leute? Ein echtes Unentschieden. Beide haben sich einen Sieg geholt. Phänomenale Leistung. Ich bin total begeistert hier. Wow, wow, wow. Also, Zoltan, großes Lob an dich. Gutes Timing hier. Man sieht doch, dass das Timing des Angriffs entscheidend ist. Gerade bei solchen riesen Nahkämpfermassen, wo die KIs einfach nicht genug Fernkämpfer haben, um dem Gegner zuzusetzen, um dem Gegner die Verteidigung zu überrennen, um dann vielleicht die Burg anzuzünden, die Außengebäude abzureißen. Da sind einfach viel zu wenig Fernkämpfer dafür da, in diesen Angriffen. Und deswegen, ja, hier ist das Timing wirklich entscheidend, wenn da fast nur Schwertkämpfer und Pekingierer eingesetzt werden. Das Oldschool-Angriffspaket. Und ja, falls ihr noch Bär und Zoltan Sprüche und so weiter auschecken wollt, schaut einfach mal in die Playlist. Wurzelkasper hat das erste Spiel Ogni-Rakai gegen Bär gecastet. Da könnt ihr auch nochmal danach die Sprüche auschecken. Und bei Zoltan schaut er Zoltan gegen, ich glaube, irgendeine Gophie-KI. Könnt ihr auf Huxlitz' Channel sehen, da hat er auch nochmal die Sprüche von Zoltan angeguckt. Ja, vielen Dank auf jeden Fall fürs Ansehen. Schaut da morgen wieder vorbei. Huxlitz ist am Start. Ah, wait. Actually, ich selber. Ja, das Spiel hier ist das Ersatzspiel von Benni gewesen. Tut mir leid, Leute. Wünscht ihm alle nochmal gute Besserung in den Kommentaren. Und ja, dann sehen wir uns morgen wieder. Bis gleich quasi.